Gerüchte über Fahrerwechsel Red Bull verzweifelt an Vizeweltmeister Pérez, ist Max Verstappen bei Red Bull unzufrieden mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez? Gerüchten zufolge soll es Spannungen zwischen den beiden Fahrern geben, da Pérez bisher nicht die Leistung abrufen konnte, die von ihm erwartet wurde. Es wird spekuliert, dass Red Bull möglicherweise einen Fahrerwechsel in Betracht zieht, um Verstappen einen stärkeren Teamkollegen zur Seite zu stellen. Es wird gemunkelt, dass Red Bull bereits Gespräche mit potenziellen Kandidaten für Pérez Platz führt, darunter Nico Hülkenberg, Alex Albon und Pierre Gasly. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob es tatsächlich zu einem Fahrerwechsel kommen wird und wer letztendlich Pérez ersetzen könnte. Die Zukunft von Sergio Pérez bei Red Bull ist also ungewiss, und es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird. Die Zukunft von Sergio Pérez bei Red Bull ist also ungewiss, und es wird interessant sein, dass Red Bull ist. Vielen Dank. Vielen Dank. 플